Moin Freunde was geht ab und willkommen zu einem neuen Video. Heute mal wieder in der Garage, weil zum Fahren ist es einfach zu kalt. Wir haben glaube ich drei oder vier Grad draußen, deswegen heute schön in der warmen Garage, wie ihr sehen könnt. Ich habe jetzt kein Kennzeichen, das Kennzeichen ist jetzt auf der Honda drauf, hat auch alles seinen Grund und zwar weil wir hier einen Kennzeichenhalter gebaut haben. Wir hatten den schon mal dran gehabt, aber der war einfach zu unstabil und hat gewackelt und der ist jetzt einfach bombenfest, vibriert noch minimal, muss noch lackiert werden und dann die Reste verkabelt werden. Aber heute gehen wir an die Sporty wieder dabei. Und zwar werden wir gleich das Öl wechseln, ist eigentlich auch ganz easy bei der Hade. Das einzige was nicht so easy ist, ist den hier abzubekommen. Ich habe kein Werkzeug dafür, es gibt so einen speziellen Aufsatz, den man halt drauf schiebt oder mit einer Knarre öffnen kann und das habe ich nicht. Da muss ich gleich mal gucken, wie ich das am besten mache. So Freunde, um das Öl abzulassen, müssen wir unter das Bike, und zwar seht ihr hier den Schlauch, den dreckig. Alter, ist das dreckig. Ich habe jetzt schon alles vorbereitet. Da ist eine Schelle dran. Aufmachen, Schlauch abziehen und schon läuft das Öl raus. Da läuft die Suppe. Ist aber echt gut schwarz. Ist aber halt mega dreckig hier. Muss ich im Sommer auf jeden Fall mal in die Waschallage fahren, um hier alles abspritzen. Übelst. So sieht man das ja gar nicht. Damit das Öl vielleicht ein bisschen schneller abläuft. Würde ich sagen, öffnen wir noch den Behälter. Und jetzt ist mal warten. Hier sehen wir den Ölfilter und an den komme ich überhaupt nicht ran. Mit keiner Zange oder keine Ahnung. Auf jeden Fall kommst du da überhaupt nicht ran. Ich habe schon gerade versucht, auf den komplett eingedrückt. Da werde ich mir gleich erstmal ein Werkzeug basteln. Natürlich gibt es da auch ein Spezialwerkzeug zum kaufen, aber das wäre langweilig. Ich habe jetzt hier noch so ein paar Blechteile. Die werde ich mir jetzt da zusammenbiegen und werde versuchen, das irgendwie zu fixieren, damit er an den Filter schön fest ist, damit ich ihn rausdrehen kann. Und dann bin ich, dass ich ihn rauskomme. Ich habe jetzt schon noch ein paar Wegebegebegebegebegebegebegebegebegebegebegebegebegebegebe. Ich habe dann in der Stadt die Stadt. Ich habe in der Stadt. Ich habe jetzt noch eine So, dann wollen wir mal. So, schauen wir mal, ob die Praxis auch so funktioniert wie die Theorie. Ah, mein Schweißland hält nicht. Scheiße. Alter, das Ding ist so fest, ne? Ach, die Schweiß hat hält. Die Schraube hat es gerissen. So, Freunde. Drei Stunden später und der Filter ist endlich ab. Alter, war das ein Kampf. Hier sind die Überreste. Hier ist der Rest. Das passiert, wenn man den Ölfilter mit 120 bar festknallt. Alter, macht sowas auf keinen Fall. Einfach handfest und fertig. Der wollte einfach nicht, ne? Ich hab den schon heiß gemacht und einfach mit Gewalt jetzt raus. Aber zum Glück ist er jetzt draußen. So, Öl ist ja runter. Ölfilter ist auch ab. Jetzt kommen wir zu dem Primärantrieb. Der hat natürlich auch Öl und das muss auch gewechselt werden. Hier unten ist eine Schraube. 16 an Nuss lösen und einfach laufen lassen. Ich hab jetzt das Bike wieder runter genommen. Von der Hebebühne. Weil man einfach so viel besser rankommt. Weil auf der Hebebühne stört dann der Ständer. Wenn man dann das Öl raus auslaufen lässt. Da läuft das direkt über den Ständer. Schön auf der Hebebühne. Da ist natürlich alles volle Öl. Ist natürlich alles nicht so schön. So. Solange das Öl runter läuft, schauen wir uns eben nochmal die Kette an. Dafür demontieren wir jetzt hier den Service Deckel. Ganz wichtig, die Dichtung nicht vergessen. Nicht, dass die verloren gehen. Wie man sehen kann, hier ist die Kette. Ich muss auf jeden Fall nochmal die Spannung messen. Und die eventuell nochmal stramer machen. So Freunde. Ich habe gerade im schlauen Büchlein gelesen. Dass die Kettenspannung im kalten Zustand 9-13mm sich bewegen darf. Ich habe gerade eben gemessen. Und zwar setze ich mir hier mal so das Messstab an. Und dann gucke ich halt wie viele Millimeter der hoch geht. Und bei mir sind das 12mm. Da könnte man eigentlich noch etwas stramer machen. Um die Kette zu spannen, ist hier unten eine dicke Schraube. Einmal die hier. Das dreht man einmal hier auf. Und dann kann man mit der Schraube hier die Kettenspannung halt etwas stramer machen. So Öl ist runter. Die Kette habe ich eingestellt. Bei mir beträgt jetzt die Spannung 10mm. Das ist eigentlich optimal. Soll ja 9-13mm sein. Und 10mm ist schon mal echt nicht schlecht. Kann man es auf jeden Fall so lassen. So. Ich werde jetzt den Vergaser abnehmen. Den wollte ich ja Ultraschall reinigen lassen. Zum Glück ist das bei Harley ziemlich einfach alles. Der hat ja zum Glück auch nur einen Vergaser. Wo man auch ziemlich schnell und gut rankommt. Wenn ich mir jetzt vorstelle bei der Suzuki Intruder. Da hast du dir echt dann abgewürgt. Die Dinger da rauszuholen. Erstens zwei Vergaser. Und zweitens sitzen die komplett irgendwo zwischen den Rahmen. Mit ganz vielen Kabeln. Da ist das bei Harley alles ziemlich easy. Das ist der Vergaser. Und sieh da. Da ist der Vergaser. Ganz wichtig vom Ausbauern, immer zuerst den Joke auf der anderen Seite lösen, nicht dass ihr das alles dann rausreißt. Da ist der Vergaser. Der sieht auf jeden Fall gut dreckig aus, auch von außen. Das glaube ich echt nicht schlecht, wenn ich den abgebe zum Reinigen. Da war noch ein bisschen Benzin drin. So Freunde, ich habe mal eben den Vergaser noch zerlegt, um zu schauen wie das so aussieht. Der ist eigentlich ziemlich sauber. Aber hier beim Kunststoff sieht man auf jeden Fall so paar dunkle Ablagerungen. Und hier sieht man auf jeden Fall echt viel Dreck. Der ist echt gut dreckig geworden. Deswegen werde ich ihn auf jeden Fall abgeben zum Saubermachen. Weil ich habe so in der letzten Zeit, wo ich gefahren bin, auf jeden Fall gemerkt, dass ich im ersten Gang beim Beschleunigen so einen kleinen Druck gehabt habe. Und das liegt wahrscheinlich jetzt am Vergaser, weil irgendwo was verdreckt ist. Ich hoffe natürlich, dass es danach weg ist. So Freunde, die Öle sind alle abgelassen. Zünkerzen habe ich rausgedreht. Vergaser ist draußen. Den werde ich jetzt demnächst abgeben. Ölfilter und die ganzen Öle habe ich schon bestellt. Auf die muss ich jetzt noch die Tage warten. Und dann kann ich alles neu befüllen. Im Großen und Ganzen ist das eine, ja, eine Inspektion gewesen. Wenn ich jetzt überlege, wird mich das wahrscheinlich so alles um die 100 Euro kosten. Mit den ganzen Ölen, Filter, Zumkerzen, Vergaser reinigen. Und das ist natürlich schon mal ganz angenehm. Im Gegensatz, wenn ich das jetzt irgendwo in der Werkstatt abgebe, dann sage ich da bestimmt 600, 700 Euro für. Deswegen, selbst machen lohnt sich immer, ne? Ja Leute, ich hoffe das Video hat euch gefallen. Über einen Daumen hoch und einen Kommentar würde ich mich freuen. Ich hoffe das Video war euch heute nicht zu langweilig. Ansonsten sehen wir uns ja beim nächsten Video. Haut rein!